hallo hier ist er jojo von selected lights und gadgets for men gadgets-for-men.de heute was ganz besonderes wer für seine kamera seine spiegelreflexkamera systemkamera pritschkamera einen eleganten aber auch äußerst praktischen gurt benötigt der ist hier bei den gurten von oliver kelka genau richtig die ich hier vorstelle kelka.de kommt ihr hier drauf fotografie.kelka.de auch der quick strap nennt der oliver das in verschiedenen ausführungen hier zum beispiel verschiedene farben der clip befestigung also echt genial mir gefallen sie so gut dass das an meine kamera auch dran kommt an meine sony nex 6 geht auf die seite da findet ihr ganz ganz viele verschiedene versionen ihr könnt ihr euch auch individuell anfertigen lassen es gibt noch hochwertigeres leder so ein bisschen mit schlangen optik wenn ihr sagt auch nähe ich das gerne in blau oder so das macht euch der oliver also wirklich ganz tolle gurte und hier an meiner kamera zeige ich mal wie so ein gurt fest gemacht wird das ist sehr geschickt sehr geschickt und durchdacht vor allen dingen gemacht mitgeliefert wird übrigens bei jedem jetzt ist aufgegangen bei jedem hier gleich vier von den split ring ich mache den split ring immer ja gut ich habe eine split ring zange gibt es bei uns auch im shop zu kaufen aber ich nehme mal so ein messer sieht man das hier ein bisschen runter so mache ich das immer weil für die fingernägel es ist nämlich sehr gutes blitz ringer sehr stabile split ringer also beim fingernagel würde ich mich nicht trauen die hier einzufädeln so und dann hier habe ich ja schon einen dran gemacht hat er das also schlau gemacht dass ich jetzt noch den hier drüber krieg indem ich den jetzt hier drüber ziehen hat es ja noch mal geschlitzt und jetzt hänge ich den titan karabiner hier ein somit wird eure hochwertige kamera nicht beschädigt absolut überhaupt nicht kamera ist super geschützt ihr könnt sie nach wie vor super verwenden was ich auch schon gesehen habe man kann ja gut als wenn man es gern so in der hand trägt sich natürlich auch einen knoten rein machen und dann so tragen also ihr habt da alle möglichkeiten es ist wirklich eine ganz ganz feine sache hier die gurte von oliver kelker der quick strap und guckt unten drunter unter die unter das video da seht ihr auch den link zum oliver wo er die kaufen könnt auch nicht unerwähnt lassen sollte man dass jeder von diesen schönen gurten auch ordentlich verpackt ist und jeder in so einem schönen individuellen tütchen drin ist ich mache jetzt einfach mal hier rein also auch die präsentation des gurtes ist so wie man sich das vorstellt und sein soll